Ab und zu mal raus auf die Koppel direkt gegenüber. Kleines Problem dabei, dieser Bauzaun direkt vor dem Ausgang. Kann ich die nicht einfach kurz aufmachen? Nein. Du brauchst bloß warten, bis der Hengst hier Paarungszeit hat. Dann rennt ihr durch den Zaun. Ich kenne mich aus. Na, dann bleiben die Pferde eben im Stall. Warum kriegst du denn das? Ey, so ein... Ja, echt mal, was? Einfach nie vorbeigelaufen. Das ist Rassismus. Und was ganz schlimm ist, Kollegen kriegen können. Also die... Was kriegen können? Kollegen kriegen? Keine Ahnung. Was sind für Kollegen? Wenn man einsam im Stall ist, kriegt man... Ach, Kuhliken. Meiner, Kuhliken? Belehung? Oder was? Was hat er denn gesagt? Weiß ich auch. Und was ganz schlimm ist, Kollegen kriegen können. Kollegen kriegen können, oder? Kollegen? Was ist das? Kriegen Pferde im Stall bewegen müssen. Und was ganz schlimm ist, Kollegen kriegen können. Kollegen. Kollegen kriegen können. Hä? Was sind denn Kollegen bei den Pferden? Vielleicht gibt es ja sowas. Vielleicht ist es so ein Fachbegriff. Dass die Hufe... Kollege heißt. Kollege Hufe.